Wer von euch hat versucht, ein Taylor Swift Ticket zu bekommen? In Deutschland sind ihre Konzerte fast komplett ausverkauft und viele Fans sind frustriert, entweder weil sie kein Ticket bekommen haben oder weil es extrem teuer war. Für ein Ticket mussten sich die Fans im Vorfeld anmelden. Einige sind trotzdem leer ausgegangen, andere haben sich ein VIP-Ticket geholt, um dabei zu sein. Mehr als 600 Euro kosten die teuersten VIP-Tickets, aber bis auf ein bisschen Merch seien keine großen Extras mit dabei. Wie sich diese hohen Preise zusammensetzen, lässt sich kaum richtig nachvollziehen. Der Ticket-Verkäufer Eventim sagt dazu, Tickets sind in den vergangenen Jahren in vielen Fällen teurer geworden, vor allem durch die Vorgaben der Veranstalter und Künstler, die selbst mit erheblichen Preissteigerungen umgehen müssen.